BAMF lautet das mehrsinnige Kürzel rund um das Multiorganversagen eines Staates und seiner politischen Führung. Während also die deutsche Kanzlerin Angela, wir schaffen, dass Merkel dazu ansetzte bereits zu Lebzeiten auf dem Schild der GutmenschInnen, ihren für Protestanten eigentlich ungewöhnlichen Heiligsprechungsprozess einzuleiten und gezielt in Kaufnahme Europa ins Chaos zu stürzen, versanken ihre eigenen Behörden in, richtig, BAMF, wo einst die sprichwörtlich preußische Präzession regierte, finden wir uns heute in der Köpenikiade des BAMF wieder. Während Merkel, also freundtrunk, ihre Einladung an aller Herren Länder fabulierte, stellte das BAMF getreu dem politischen Amtsmissbrauch der eigenen Kanzlerin die notwendigen positiven Asylbescheide am Laufband aus. Nach drei Jahren lichten sich die Nebel nun, der plumpen Schönfärberei und es zeigt sich deutlich. Wir schaffen, dass ist heute der Schlachtruf für die Eliminierung sämtlicher rechtsstaatlicher Regeln, für chaotische Zustände in eigenen Behörden, für Betrug und Amtsmissbrauch. Wir schaffen, dass gilt für die größte staatliche, verordnete Anarchie der jüngeren Geschichte Europas. Wir schaffen, dass ist dafür verantwortlich, dass jährlich tausende von dieser Botschaft angezogene und zur Flucht animierte Menschen im Mittelmeer ums Leben kommen. Wir schaffen, dass hat uns in die politische Abhängigkeit eines unberechenbaren Despoten in Ankara geführt, dessen unterwandernde Machenschaften wir mit Milliarden Euro unterstützen dürfen. Wir schaffen, dass produziert täglich unüberwindbare, gesellschaftliche, religiöse und ethnische Konflikte. Frau Merkel, einen Trick haben Sie geschafft!